Im Gleichgewicht der Klasse bis 60 Kilogramm stehen sich gegenüber. In der roten Ecke Stipan Petjudica für Frankfurt und in der blauen Ecke für den Märkischen Boxring haben Rojan Banschuky. Dritter Mann im Ring aus den Niederlanden Cem Dünan. Ringfrei Runde 1. Runde 2. Hans Uch Runde 1. Glock 26 Martin Ach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 3, 4, 4, 6, 10. Regen frei, Runde 2. Stabilia, Stabilia! Stabilia, Stabilia! Stabilia, Stabilia! Stabilia, Stabilia, Stabilia! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Tja, tja, tja! Manchu, bitte auch! Tja, tja, tja! Tja! Tja, tja! – Dritter Moke! – OK. – Latsho! – OK! – Erlös, man muss den Felsen nach oben! – Felsen, Felsen! – Anruf, Armatshoff. – Manchu, geht zurück! – Ecke! – Ja! – Ja! – Ei, Manchu! – Hins du nicht? – Und du ... 2, 2, 3, 4, 4! 6, 6, 6! 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 16, 16, 16, 16. In dieser Runde erhielten beide Kämpfe eine Verwarnung wegen Haltungs. Für den märkischen Rutsch in Hamburg wächst bei diesem Kampf Projan Batuki. Projan bestritt bisher 63 Kämpfe, von denen er 56 gewinnen konnte. Projan ist mehrfacher Landesverbandsmeister und Meister des Landes Nordrhein-Westfalen. Bei der internationalen deutschen Meisterschaft der Altersklasse U21 im vergangenen Jahr belegte er den zweiten Platz in der blauen Ecke für den märkischen Rutsch in Hamburg. Beruja Batuki, Ring 2, Runde 3. Kaffee 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 Schnell, 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 schnell! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.